Pong in 10 Minuten programmieren. Das ist das Motto des heutigen Videos und damit Hi Leute, CyberTiger hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr Pong in 10 Minuten programmieren könnt. Dazu nutze ich einmal Unity, wenn ihr nicht wisst, was Unity wisst, da habe ich nochmal ein Video dazu gemacht. Und ich nutze auch Gimp, das habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem habe ich das Ganze einmal auf GitHub hochgeladen, da die ganzen Assets und auf itch.io, sodass ihr es im Browser auch mal ausprobieren könnt. Viel Spaß! Los geht es natürlich, indem wir ein neues Projekt erstellen. Das muss 2D sein und ich nenne es jetzt einfach mal Pong. Das erste, was ich jetzt in dem neu erstellten Projekt mache, ist, dass ich einmal die Kamera auf schwarz stelle beim Hintergrund, dass wir eben einen schwarzen Hintergrund haben. Jetzt können wir auch schon anfangen, das Level zu bauen. Also wir brauchen einen Baustein hier, einen hier, einen hier und einen hier als Feldbegrenzung und dann hier unsere Spieler sowie den Ball und vielleicht auch eine Mittellinie. Ja, dafür erstelle ich erstmal hier ein 2D-Objekt, eine Sprite, einen Square und wenn ihr hier ranzoomt, dann seht ihr vielleicht, das Ganze hat hier so graue Ränder. Deswegen importiere ich mir schnell mal einen komplett weißen Pixel. Ich habe mir dafür jetzt einfach mal hier kurz Gimp geöffnet, gehe auf Neu und mache halt hier eine neue Ding mit 1 Pixel mal 1 Pixel auf OK. Dann haben wir das hier, das sollte auch schon weiß sein, wie man sieht hier unten und das können wir jetzt einfach exportieren. Dazu geht ihr einfach auf Exportieren, wählt dann hier jetzt euren Ordner von eurem Projekt aus, eurem Unity-Projekt, geht unter Assets und dort könnt ihr es dann einfach rein exportieren. Dann solltet ihr es auch schon in Unity sehen, wenn wir jetzt hier unser Square austauschen wollen, dann klicken wir einfach hier auf Square und unterm Sprite-Renderer haben wir jetzt hier einen Sprite-Slot und da ziehen wir einfach unseren Pixel rein. Und dann seht ihr schon, der ist sehr, sehr klein. Woran liegt das? Wir haben hier eingestellt, dass 100 Pixel eine Unit sind, das heißt, dieses Kästchen hier entspricht 100 Pixeln. Das können wir einfach ändern. Wir können zum Beispiel sagen, es sind 3 Pixel, dann hier unten auf Apply klicken und jetzt ist das Ganze schon größer. Wir können vielleicht sogar sagen, dass es 2 sein soll. Jetzt können wir aber auch wirklich die Begrenzung von unserem Feld hier bauen. Dafür mache ich jetzt erstmal die Begrenzung oben und links hin und die duplizieren wir dann auf die rechte Seite. Um das Ganze jetzt zu duplizieren, macht ihr einfach auf beide einen Rechtsklick mit dann Duplicate und dann müsst ihr es halt noch auf die richtige Seite verschieben, also bei mir jetzt minus 5 und hier L. Weiter geht es dann damit, dass wir auf demselben Weg wieder mit dem Pixel ins Spiel erstellen und auch den duplizieren wir dann wieder auf beide Seiten. Das ist jetzt vielleicht mal ein guter Moment, um hier in unsere GameView reinzuschauen, zu checken, ob alles passt. Ihr müsst vielleicht darauf aufpassen, dass hier stattmäßig viel Aspect eingestellt wird, aber vielleicht würde ich es ja in 16 zu 10 oder 16 zu 9, dann sieht es komplett anders aus. Was jetzt noch fehlt, ist einmal unser Spieler. Dafür nehme ich einfach den Pixel und resettet das in Koordinaten, sodass der genau in der Mitte ist. Und wir wollten auch noch eine Mittellinie machen, dafür nehme ich wieder den Pixel, setze auch den hier ganz genau in die Mitte, dann mache ich ihn, keine Ahnung, hier 21 groß und mache ihn ein bisschen dünner, vielleicht 0.5. Und damit das jetzt nicht ganz so stark sichtbar ist wie der Rest, könntet ihr hier vielleicht noch einfach den Alpha-Wert ein bisschen runter machen. Bevor wir jetzt anfangen, ein Script für die Spieler zu schreiben, können wir noch ein bisschen was hier im Unity-Editor machen. Dafür markieren wir mal alles bis auf die Mittellinie und da fügen wir dann einen Box-Collider hinzu. Außerdem können wir jetzt hier noch bei unseren beiden Spielern und bei dem Ball einen Rigid-Body-2D hinzufügen und da müssen wir jetzt den Gravity-Scale auf 0 setzen. Was wir jetzt auch noch hier im Editor lösen können, ist, dass der Ball hier zum Beispiel von den Spielern oder von der Begrenzung abprallt, also dass er hier irgendwie so eine Sprungkraft hat und das können wir bei einem Physic-Material-2D lösen, das findet ihr unter 2D und dann Physic-Material-2D. Das nenne ich jetzt einfach mal Ball und da haben wir jetzt zwei Werte, einmal die Friction, also die Reibung, die können wir auf 0 stellen, der Ball soll keine Reibung haben und die Bouncing-Netz, also die Sprungkraft, also genau der Wert, den wir eigentlich brauchen und den können wir einfach mal auf 1 setzen. Was wir jetzt natürlich nicht vergessen dürfen, ist, dass wir den Ball auch noch hier auf unseren Ball ziehen müssen, also unser Ball-Material, sodass es auch benutzt wird. Jetzt können wir auch schon mit unserem ersten Script beginnen, das ist in dem Fall für die Spieler und deswegen nenne ich es auch einfach mal Player. Das erste, was wir jetzt hier machen, ist, dass wir einmal die Start-Methode und die Kommentare rauslöschen und dann deklarieren wir oben mal die Variablen, die wir brauchen. Zuerst Speed, also für die Geschwindigkeit, in der man sich bewegt, dann RG, unseren Rigid-Body, den wir brauchen, um eben das Ganze zu bewegen und zum Schluss auch eine Boolean namens Left, die sagt einfach, ob es der linke Spieler, also unser Spieler 1 oder der rechte, unser Spieler 2 ist. Jetzt können wir auch mit dem eigentlichen Movement beginnen und das erste, was wir machen müssen, ist schauen, ob es der linke oder der rechte Spieler ist, weil die wollen wir mit unterschiedlichen Tasten kontrollieren. Also schauen wir zuerst If Left, also ist es der linke, was wollen wir dann machen, dann wollen wir ein Input anschauen, und zwar einen Tasten-Input, also Get Key. In dem Fall wollen wir, dass sich der mit W nach oben bewegt, unser linker Spieler, deswegen können wir einfach hier Keycode, dort W machen und dann hier in den Klammern können wir dann reinschreiben, was wir machen wollen, wenn W gedrückt wird. Und zwar wollen wir da dann die Geschwindigkeit von unserem Rigid-Body verändern, also RG.Velocity. Die setzen wir dann gleich einen neuen Vektor 2 und da wir ihn auf der x-Achse eh nicht bewegen wollen, da könnten wir jetzt auch RG.Velocity.x nehmen. Ich mache jetzt einfach 0f, weil er wird sich da eh nicht bewegen und auf der y-Achse wollen wir jetzt in dem Fall Speed haben. Den Teil, den wir jetzt für W geschrieben haben, also für nach oben, können wir einfach kopieren und mit einem else dranhängen, für nach unten, da nehmen wir jetzt S und da machen wir dann einfach einen Minus vor Speed, sodass es sich eben negativ bewegt nach unten und den ganzen Teil, den wir für left geschrieben haben, können wir noch mit einem else dranhängen, also dann gilt der für rechts, weil wenn es nicht links ist, ist es rechts und da machen wir dann einfach Up Arrow und Down Arrow, also die Pfeile, die rechts auf der Tastatur sind. Ich füge bei beiden jetzt nochmal ein else-Statement hinzu, was ich mache, wenn keine Taste gedrückt wird, und zwar setze ich dann den Speed auf 0, sodass es stehen bleibt. Das könnt ihr ganz für euch entscheiden, was ihr da machen wollt. Jetzt ist das Skript für die Spieler auch schon fertig, wir können es hier mal draufziehen auf beide und beim Speed hat jetzt bei mir 2,5 ganz gut funktioniert, der Rigid Body ist natürlich halt immer der Rigid Body drüber, da müsst ihr vielleicht bei beiden extra mal gucken und ihr müsst jetzt auf den Left noch einmal draufgehen und hier einstellen, dass der hier Left sein soll. Wenn ihr das Ganze jetzt kurz ausprobiert, seht ihr vielleicht, es funktioniert, aber es ruckelt noch ein bisschen. Was ihr da machen könnt, ist, dass ihr einfach mal auf die Spieler draufgeht und hier bei Interpolate beim Rigid Body 2D einfach Interpolate und nicht Nern auswählt. Das müsst ihr auch noch beim Linken einmal machen und dann ist das Ruckeln auch weg. Als nächstes machen wir jetzt noch ein zweites Skript und zwar in dem Fall für unseren Ball, deswegen nenne ich das auch einfach mal Ball. Hier starten wir wieder damit, dass wir zuerst die Kommentare und in dem Fall die Update-Methode löschen und dann deklarieren wir unsere Variablen, hier brauchen wir nur unseren Rigid Body 2D, den nennen wir wieder RG. Jetzt zerstellen wir eine Methode Launch, die ist einfach nur dafür da, dass wir dann den Ball am Anfang sozusagen von der Mitte wegkriegen. Da machen wir einfach mal einen zufälligen Wert x und einen zufälligen Wert y, die bewegen sich zwischen minus 1 und 1, sind also eine Richtung und da machen wir es wieder so, dass wir die Velocity von unserem Rigid Body verändern und da brauchen wir allerdings noch einen Speed-Wert, den habe ich jetzt oben noch hinzugefügt. Wenn wir jetzt Launch oben auch noch in der Startmethode einmal hinzufügen, dann können wir direkt mal ausprobieren, wie sich das Ganze verhält. Jetzt müssen wir nur noch unser Ball-Skript hier auf unseren Ball draufziehen, da müsst ihr dann noch den Speed einstellen, da würde ich euch raten, den selben zu nehmen wie bei den Spielern, ihr könnt es aber auch komplett anders machen, macht es wie ihr wollt. Dann Rigid Body Assign und wichtig, wenn ihr kein komplettes Chaos wollt, beim Ball hier einmal die Z-Rotation, Breezen und bei den Spielern jeweils die Z-Rotation und die X-Bewegung, sodass sie nicht durch den Ball irgendwie durch die Gegend geschossen werden. Wenn ihr das Ganze jetzt kurz ausprobiert, seht ihr zwei Sachen, erstmal bei euch könnte der Ball etwas zu langsam sein, wenn ihr auf mich gehört habt und meinen Werten vertraut habt, die habe ich jetzt bei mir schon hochgestellt und der Ball ruckelt ziemlich, das könnt ihr wieder ähnlich wie bei den Spielern lösen. Was jetzt natürlich noch nicht geht, ist, dass man Punkte machen kann, dass die Punkte auch angezeigt werden. Dazu fügen wir jetzt unter UI ein Canvas hinzu und beim Canvas Scaler würde ich darauf achten, dass ihr den UI Scale Mode to Scale with Screen Size ändert und dann dort die Werte von zum Beispiel 1080p reinschreibt. Mit einem Rechtsklick auf das Canvas fügt ihr dann ein TextMeshPro-Objekt hinzu, da müsst ihr TextMeshPro wahrscheinlich erst auch importieren, das könnt ihr gut machen und dann skaliert ihr den halt so den Text, dass das Ganze für euch passt. Das ganze TextMeshPro-Objekt müsst ihr jetzt dann einfach nur nochmal duplizieren und für die andere Seite vorbereiten und dann passt das alles. Jetzt gehen wir nochmal in unser Ball-Script und fügen vier weitere Variablen hinzu, zwei Integers, einmal Linkspunkte und einmal Rechtspunkte für die Punktestände und zweimal ein TextMeshPro-Objekt für eben die Texte. Jetzt werdet ihr bei euch wahrscheinlich auch sehen, dass TextMeshPro-Ugui unterstrichen ist. Das liegt daran, dass wir TextMeshPro noch importieren müssen. Dafür machen wir einfach hier oben Using TM-Pro. Jetzt nutzen wir hier eine der vordefinierten Methoden und zwar OnCollisionEnter2D und da schauen wir jetzt zuerst mal, ob das denn die linke Wand ist. Der fügen wir später noch einen Tag hinzu und deswegen können wir einfach schauen in Collision.GameObjekt.Tag, ob das Ganze equals Links ist. Wenn das der Fall ist, dann ist der Ball gegen die linke Wand gekracht und dann wollen wir eben rechts einen Punkt geben, also Rechtspunkte plus plus und wir wollen außerdem Text R gleich Rechtspunkte machen. Das Ganze ist noch rot unterringelt. Das liegt daran, dass das hier das Textobjekt ist, allerdings nicht der Text selbst, deswegen müssen wir dann noch der Text ergänzen und auch R-Punkte ist ja kein String wie der Text eigentlich, deswegen müssen wir auch ToString ergänzen und natürlich die Klammer nicht vergessen. Außerdem wollen wir das Spiel danach ja neu starten, deswegen können wir einfach nochmal unsere Launch-Methode aufrufen. Das Ganze kopieren wir jetzt einfach nochmal für rechts und tauschen einfach noch die Werte aus. Jetzt müssen wir hier noch alle Werte zuweisen, also einmal hier unseren Text für links, dann einmal noch unseren Text für rechts und außerdem brauchen wir noch die Text für einmal links, da fügen wir einfach hier oben einen Tag hinzu, plus links und auch einen für rechts gleich hier noch rechts. Die fügen wir jetzt an den Objekten hinzu, also hier einmal links, hier einmal rechts und dann sollte es auch funktionieren. Was mir beim Test jetzt noch aufgefallen ist, was ein peinlicher Fehler ist, dass wir den ja gar nicht resetten von der Position. Deswegen können wir hier vorne einfach noch transform.position is equal vector2.0 hinschreiben und dann sollte auch das funktionieren. Dann sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Wenn ihr irgendwelche Probleme oder Fehler hattet, seid nicht traurig. Es gibt sicher in den Kommentaren jemand, der euch helfen kann oder ich kann euch auch helfen, wenn ihr es in die Kommentare schreibt. Und dann hoffe ich, sehen wir uns bald in einem anderen Video. Abonniert auch gerne den Kanal, wenn ihr weitere solche Videos sehen wollt und lasst ein Like unter dem Video da. Bis bald!